Ich weiß zwar, dass ich ungefähr in der richtigen Quadrat liege, aber ich will es natürlich exakt kathieren. Wir waren in der Kirche. Gott ist unser Zeuge. Amen. Auf die Zeugen Aussage vorgelegt, bin ich gespannt. Als Repräsentant Gohre meine Ratte ich, die Geschehnisse nicht mit der Insel in Verbindung zu bringen. Keiner, der hier anwesend ist, ist auch nur ansatzweise, weisefähig für einen Mord. Oder zwei oder drei. Wie kannst du da so sicher sein? Ja. Ja. Wollen wir den gar nicht? Das ist Kamera. Du und ich und drei Mille und drei Mille. Ganz recht. Keine Bewegung. Ja, sowieso gut. Alles klar. Okay, und Ruhe bitte, wir drehen. Und tot. 2, 3, 4, 5, take 3. Wer hat dich gefragt? Peter, hast du sie gefragt? Er hat mich provoziert. Okay, wir gehen wieder auf Anfang. Aber ich brauche irgendwie eine Ansage, was hier geht. Ist das ein Schallwerfer? Okay. Okay, das war der letzte Drehtag für Peter Nockmeyer. Und Peter Nockmeyer ist abgedreht. Ich komme mit dem Kino rein und ein paar schöne Bilder. Da kommen super schöne Bilder. Ich will hier nicht. Ich reise auch die Ohren links. Aber beide links und rechts. Du musst keine Ohren machen. Du, das mach ich so. Ja. Und Probe ab. Und Kette. Gut, komm. Oh, Mann, der ist verdammt tot. Scheiße. Seiko. Hast du den Schiff auch schon gesehen? Fünf Schiffe sind es jetzt da, Otti. Ist der jetzt in der Weg? Ja, der ist halt so gut. Ja, der ist halt so gut. Mit Wut. Ist der Film jetzt eigentlich mehr Komödie oder Krimi? Er ist mehr Komödie, also es ist sehr viel Sarkasmus und Humor drin. Manchmal ist er sehr böse, der Sarkasmus. Also könnte man sagen, es ist eine Krimi-Komödie der englischen Art. Ich weiß ja, ich kann so schwer Nein sagen. Es ist doch so viel Zeit, aber wir sind alle sicher nicht so schwer. Immerhin hast du noch Olaf, du bist doch nicht ganz ohne Frau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020